Hallo zusammen, es ist Zeit für Legalisierung. Die Merkel-Ära geht zu Ende, die Zeit der Großen Koalition geht zu Ende und damit auch die Zeit des Stillstands in der Cannabis-Politik. Wir haben eine Mehrheit im Bundestag für die Legalisierung von Cannabis, eine Mehrheit will die Strafverfolgung von Cannabiskonsumenten beenden und nur die Union, CDU und CSU konnten über den Koalitionszwang immer noch jeden Fortschritt verhindern. Das darf so nicht weitergehen nach der Bundestagswahl 2021. Aber die Legalisierung ist kein Selbstläufer, das passiert nicht von alleine. Wir brauchen da eure Hilfe. Ihr müsst euch einmischen, wenn ihr nicht weitere vier Jahre kompletten Stillstand in der Cannabis-Politik haben wollt. Und damit die Parteien garantiert mitbekommen, dass sich sehr viele Wähler eine andere Cannabis-Politik wünschen, müsst ihr es ihnen sagen. Und zwar nicht nur den Spitzenpolitikern Laschet, Baerbock, Ludwig oder so, sondern wir haben da an die Wahlkreiskandidaten gedacht. Die werden nämlich von euch als Wähler direkt in den Bundestag gewählt und müssen deswegen euch auch besonders zuhören. Dafür haben wir was vorbereitet für euch. Kommt mal mit auf handverband.de slash btw21. Da findet ihr unter anderem einen Kasten, findet eure Wahlkreiskandidaten, wo ihr eure Postleitzahl eingeben könnt, zum Beispiel die 83022. Dann sucht ihr euch hier euren Wahlkreis aus. In dem Fall ist nur einer. Bekommt alle Wahlkreiskandidaten angezeigt von den großen Parteien, die in eurem Wahlkreis antreten. Da sind weniger Bekannte dabei und da sind Bekannte dabei und alle sollt ihr mit eurer Nachricht, eurem Impuls für Legalisierung bedienen. Außerdem werden alle Kontaktmöglichkeiten angezeigt. E-Mail und die Social Media Accounts. Bei E-Mail öffnet sich sogar automatisch eine E-Mail, wenn ihr ein E-Mail-Programm auf dem Gerät habt mit Adressat, Betreff, Textvorschlag und so weiter. Die müsst ihr im Prinzip nur noch unterschreiben und abschicken für alle Kandidaten oder auch selber einen Text formulieren. Das gleiche gilt für die Social Media Accounts. Die sind halt hier dann auch verlinkt, sofern sie da sind. Textvorschläge findet ihr noch im Kasten nebenan oder am Handy unten drunter. Formulierungsvorschläge. Die sind aber alle ganz kurz gehalten. Es geht im Prinzip nur darum, dass sie kurzen Impuls von euch kriegen. Wähler aus dem Wahlkreis will Legalisierung. So, jetzt seid ihr dran. Bitte alle mitmachen. Jeder, der im Bundestag landet am Ende, sollte was von Cannabis-Politik gehört haben und je mehr diese Impulse kommen, desto besser. Übrigens, ihr könnt im DHV-Shop auch gedrucktes bestellen, Aufkleber, Flyer, Postkarten und damit die ganze Sache nochmal weiter begleiten. Unser Anliegen in der Öffentlichkeit sichtbar machen, dass Leute in die Hand drücken, die vielleicht im Internet nicht drüber stolpern würden. Los geht's. Wir begleiten das Ganze nochmal mit über 100 Großplakaten, die wir in ganz Deutschland gebucht haben. Zeit für Legalisierung. Jetzt mitmachen. Zeit für Legalisierung.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.j. Untertitelung des ZDF, 2020